Florian Silbereisen, mit vollem Namen Florian Berthold Silbereisen, ist nicht nur für sein Talent in der Musik- und Unterhaltungsbranche bekannt, sondern auch für sein turbulentes und glückliches Privatleben. Die Nachricht, dass er bereit sei, Vater zu werden und dass Beatrice Egli schwanger sei, erfüllte ihre Fans mit Freude und Aufregung. Florian Silbereisen, ein deutscher Sänger, Moderator und künstlerischer Produzent, war an vielen berühmten Musik- und Fernsehprojekten beteiligt. Er ist eine Ikone der deutschen Unterhaltungsindustrie und schützt sein Privatleben stets sorgfältig. Seine Ankündigung, Vater zu werden, und die Schwangerschaft von Beatrice Egli eröffneten ein neues Kapitel im Familienleben dieses berühmten Paares. Diese gute Nachricht markiert nicht nur eine großartige Entwicklung in ihrer Beziehung, sondern beweist auch, dass sie mental auf ihre neue Verantwortung vorbereitet sind, Eltern und Vater zu sein. Florian war mit seiner Liebe und Hingabe zur Kunst schon immer als Mensch mit einer kreativen Seele und einzigartigen Ideen bekannt. Und Beatrice Egli, berühmte Sängerin und Gewinnerin der Staffel von »Deutschland sucht den Superstar«, DSDS, deutsche Version von »American Idol«, eroberte mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem Charisma die Herzen der Fans. Charmant Ihre Freude über ihre Schwangerschaft hat in der Öffentlichkeit und in den Medien besondere Aufmerksamkeit erregt. Beide zeigten Begeisterung und Bereitschaft, die neue Herausforderung, Eltern zu werden, anzunehmen. Jeder freut sich auf die glücklichen Bilder der neuen Familie, in der Liebe und Freude aus Konsens und gegenseitigem Verständnis entstehen. Dieses berühmte Paar erzählte seinen Fans nicht nur von glücklichen Ereignissen in ihrem Privatleben, sondern sendete auch eine positive Botschaft über Familie und Liebe. Ihr Leben wird attraktiver, da sie sich auf eine neue Reise begeben, bei der sie sich um ihre Kinder kümmern und ihnen beim Aufwachsen zu sehen. Die Bereitschaft und Freude von Florian Silbereisen und Beatrice Egli an der Schwelle zum Elternwerden hat in der Öffentlichkeit eine Welle der Positivität und Aufmerksamkeit ausgelöst. Wir warten auf neue Schritte auf ihrer Reise, die unvergesslichere und glücklichere Momente in ihrem persönlichen und künstlerischen Leben markieren. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben Aufmerksamkeit und leidenschaftliche Unterstützung von ihrem Fandom und ihren Musikfans erhalten. Ihr Familienleben wird in der kommenden Zeit zu einem besonderen und bemerkenswerten Zustand. Der Konsens und die Liebe zwischen diesem Paar senden eine starke Botschaft über Familie, Glauben und die Bereitschaft, positive Veränderungen anzunehmen. Die Fangemeinde gratulierte Florian und Beatrice nicht nur zur guten Nachricht, Eltern geworden zu sein, sondern wollte auch ihre Freude und Erwartungen an ihre neue Familie teilen. Das Markenzeichen des Familienglücks und der Magie des Lebens wird durch dieses Künstlerpaar verbreitet und hinterlässt bei vielen Menschen eine positive und ermutige... C'est Jérôme, le chanteur oublié depuis son décès tragique. De son véritable nom, Claude Gérard d'Hotel, le chanteur est né le 21 décembre 1947 à Paris. C'est après son service militaire en 1967 que sa carrière d'artiste commence. Il choisit alors son nom de scène avec la lettre C, comme initial de son prénom Claude et Jérôme, pris au hasard. Ses premiers titres, Le petit chaperon rouge est mort et Quand la mère se retire, le font connaître. Il connaîtra la gloire dans les années 70 et s'imposera par son style, sa bonne humeur et son look toujours soigné. Ses chansons, La petite fille 73, Himalaya et Tu danses avec lui ou encore Kissmi seront entonnées dans tous les coins du pays. Après avoir reçu plusieurs récompenses, dont celle de Chevalier de l'Ordre du Mérite, il est reconverti en animateur radio à partir de 1995. Il a animé plusieurs émissions sur RMC, sur TF1 ou encore sur Europe 1. Il a malheureusement été emporté par un cancer généralisé après un long combat de plusieurs mois. Il s'en est allé le 14 mars 2000 à l'âge de 53 ans. Retour sur la vie de cette légende et sur les confidences de sa veuve. C'est Jérôme qui a vécu une belle histoire d'amour avec Annette et ils ont eu une fille prénommée Caroline. Mais voilà, il se trouve que sa naissance en 1977 a été passée sous silence. Pourquoi donc ? Sa veuve a accepté de revenir sur cette période de leur vie. On apprend alors que son défunt mari ne voulait pas que le public découvre l'existence de leur enfant, car cela aurait pu nuire à sa popularité et ternir son image. Une décision qui n'aura pas dérangé Caroline, car elle avait accepté le choix de son chéri de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Annette a donné plus de détails en parlant davantage de ce lourd secret que gardait l'artiste. Il ne voulait absolument pas que les fans découvrent qu'il a fondé une famille. Il faut dire qu'il a fait craquer des...